Wenn du sagst, Jesus will immer heilen, dann muss in dem Moment, wo das nicht passiert, ja eine Erklärung her und einen Erklärungsansatz her. Und dieser Erklärungsansatz legt auf dem Leidenden eine doppelte Last auf, weil er nicht nur sein Los tragen muss, seine Krankheit tragen muss, seinen Verlust tragen muss, sondern sich auch noch den Kopf zerbrechen muss, warum diese Zusagen Gottes bei ihm nicht gegriffen haben. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Es ist schon zum dritten Mal, dass wir, mein Gast und ich, heute ein Interview miteinander führen. Das hat zur Folge, dass wir uns schon ein bisschen kennen, denn dabei lernt man einiges, hört einiges voneinander und übereinander. Man erkennt die Konstanten, aber auch die Veränderungen, im Idealfall das Reifen einer Person. Bei ihm hat das dazu geführt, dass er sich von einer Bewegung entfernt hat, der er eigentlich seinen christlichen Glauben verdankt, der charismatischen Bewegung. Wie es dazu gekommen ist und was er heute als Heimat in seinem christlichen Glauben benötigt oder bezeichnet, erzählt er uns, Arne Kopfermann. Herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Arne, charismatische Bewegung. Insider mögen wissen, was das ist, aber du bist ja auch ein Insider. Erklär uns doch mal, was dahinter steht. Was ist Charisma und charismatische Bewegung? Also die charismatische Bewegung gehört erstmal zum Evangelikalismus. Die Evangelikalen, das sind Menschen, die sehr wichtig erachten, dass Jesus Christus im Mittelpunkt des Glaubens steht, dass sein Opfertod am Kreuz für uns elementar ist, damit wir zu Gott kommen können. Und die charismatische Bewegung teilt diese Werte alle, aber sie hat noch ein paar weitere Themen des Neuen Testamentes aufgegriffen, die ihr sehr wichtig sind. Das ist das Leben im Heiligen Geist. Das bedeutet, dass wir von Jesus, als er zum Himmel aufgefahren ist, den Heiligen Geist als Tröster und Helfer und Beistand mitbekommen haben, der hier auf der Erde uns Gott zeigt. Das glauben die Evangelikalen auch, aber das ist ein Teil dieser Logik. Charis kommt ursprünglich von dem Wort Gnadengabe und meint auch, dass Gott uns mit besonderen geistlichen Gaben, neben den natürlichen Gaben, die wir haben, befähigt, nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen. Das glaube ich auch. Das glauben die Evangelikalen oft auch, aber was die charismatische Bewegung stärker betont, ist, dass Gott übernatürlich spricht, dass er Heilung schenkt. Was heißt denn, dass er übernatürlich spricht? Was bedeutet das? Dass er in das Leben von Menschen direkt hinein spricht und sie das auch wahrnehmen können in Form von Bildern, in Form von Eindrücken, geistlichen Eindrücken. Und dass er Menschen körperlich anrührt und dass er sie auch da, wo Krankheit ist, auch schlimme Krankheit ist, eigentlich heilen möchte, weil das dem Wesen und Wirken Jesu entspricht. All das, was ich gerade genannt habe, glaube ich. Und ich glaube das auch weiterhin. Ich nehme an, die allermeisten Christen werden das glauben. Ja, genau. Ich glaube, was den Unterschied macht, ist oft das Milieu, wie es sich präsentiert. Deswegen deine Einleitung in Ehren. Mir geht es nicht um eine Austrittserklärung. Mir geht es auch nicht um eine Distanzierung von Menschen, die mir lieb und teuer sind. Und meine Wegbegleiter sind über viele Jahre, sondern mir geht es um gewisse Begleiterscheinungen, die mit einem Milieu charismatischer Bewegungen verbunden sind, manchmal mehr an seinen Rändern. Aber ich denke, vieles ist doch sehr weit verbreitet. Das sind ein paar Themen, die man anschauen kann. Du hast es ja erlebt als Kind und als Jugendlicher. Genau. Was war denn das? Was ist das denn für ein Milieu? Was passiert denn da, was so Stallgeruch ist? Zuerst mal ist es ein sehr warmherziges Milieu, ganz oft. Und das ist toll. Das ist schön, dass da oft eine große Herzlichkeit zu sehen ist in solchen Gemeinden. Leider schlägt das manchmal um, in Fällen, wenn jemand nicht bestimmte Sätze so gut mitgehen kann. Zum Beispiel ein Thema, was wir erlebt haben. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir 2014 bei einem Autounfall unsere Tochter Sarah verloren haben. Und in diesem Zusammenhang habe ich erzählt, dass es für uns natürlich sehr schmerzhaft war, dass wir für Heilung gebetet haben und dass die ausgeblieben ist. Dass es etwas macht mit dem Glauben, auch mit der Selbstverständlichkeit davon, dass Gott eingreift, wenn wir ihn bitten. Und es gibt in charismatischer Frömmigkeit, und die gibt es auch an anderer Stelle, deswegen sage ich, es geht nicht um eine Austrittserklärung, gibt es manchmal so Erklärungsmuster, die sind relativ schwarz-weiß, Reizreaktionsschemata. Wenn wir etwas tun, dann reagiert Gott so und so da drauf. Und diese Modelle, die werden aus dem Neuen Testament abgeleitet. Das sind Sätze, die manchmal gerade in diesen... Aber da ist die Enttäuschung doch vorprogrammiert. Ja, genau. Das geht doch gar nicht anders. Wie kann sich sowas überhaupt halten? Ja, weil dann, wenn es diese Enttäuschung passiert, dann werden bestimmte Gründe dafür herangezogen. Und die liegen in dir? Die Gründe liegen wahrscheinlich in drei Polen. Der eine Grund ist der, dass der Glaubende selbst nicht genug geglaubt hat, nicht genug vertraut hat in Gott, diese Sätze nicht ernst genommen hat. Das wäre ein Erklärungsansatz. Der zweite Erklärungsansatz wäre, dass die Gemeinde oder diese geistliche Kultur, in der sich jemand bewegt, nicht glaubensstark genug ist. Und die dritte wäre, dass ein ganzes Land oder ein ganzer Bereich nicht vertrauensvoll, glaubensvoll genug... Das ist ja ein wasserdichtes System. Da kann ja eigentlich nichts passieren. Ja. Also entweder bist du selber schuld. Wenn das nicht ist, dann hat die Gemeinschaft irgendwas verkehrt gemacht. Da findest du ja schon genug Leute, wenn da 100 oder 2000 drin sind. Irgendeiner wird falsch gewesen sein. Wenn das nicht funktioniert, ist das Land schuld. Genau. Das heißt, es ist so, wenn du ein System hast, wenn du ein Glaubenssystem hast, was ganz klar umrissen ist, wenn du sagst, Jesus will immer heilen, dann muss in dem Moment, wo das nicht passiert, ja eine Erklärung her und einen Erklärungsansatz her. Und dieser Erklärungsansatz legt auf dem Leidenden eine doppelte Last auf, weil er nicht nur sein Los tragen muss, seine Krankheit tragen muss, seinen Verlust tragen muss, sondern sich auch noch den Kopf zerbrechen muss, warum diese Zusagen Gottes bei ihm nicht gegriffen haben. Und nur hoffen kann, dass es möglicherweise der Fehler der Gemeinde war oder des Landes. Aber dann ist man sauer auf die. Genau. Das heißt, das passiert oft nicht, wenn du diese Sätze nicht mit... Ein anderes Bild, was in solcher Form von Frömmigkeit sehr verbreitet ist, ist das Schmerz, wenn man ihm das Lob Gottes entgegenhält, indem man sich auf die positiven Dinge konzentriert, nicht mehr so greift, nicht mehr so schlimm ist, nicht mehr so wehtut. Und das ist eine, glaube ich, relativ unmenschliche Verkürzung. Ich glaube, aus meiner Erfahrung, als jemand, der seine Tochter verloren hat, dass, wenn man einen tiefen, verwurzelten Glauben hat, dass es dann nicht weniger wehtut, einen solchen Verlust zu verwenden, beziehungsweise mit der Lücke zu leben, die gerissen worden ist, sondern dass es da oft noch, sogar noch mehr wehtut. Und zwar deswegen, weil wir uns auf diesen Dingen stellen, sie nicht wegpacken oder zu sehr mit anderem überlagern, mit typischen Mechanismen, wie man seinen Schmerz ertränken kann. Ich glaube also, dass viele dieser Mechanismen, die kommen aus so einer Sicht, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und es wird dann nicht auf das Leben geschaut und wie das Leben wirklich ist. Auf der anderen Seite, ein bisschen verstehen kann man es ja auch. Also mir fiel eben nochmal ein, Lukas 11. Also Einleitung zum Vaterunser und wo Jesus dann ja sagt, also ihr müsst nur, er sagt das nicht so, ihr müsst dann glauben und es wird euch betet und es wird euch aufgetan. Und ist da ein Vater, der seinem Kind ein Skorpion gibt, statt ein Ei, wenn es darum bittet? Also eigentlich ist das ja die Grundlage dessen, was du da gerade beschrieben hast. Man könnte auch das Jesuswort... Und was macht man da mit diesen Stellen? Genau, man kann es sogar noch steigern, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Wunder, die ich getan habe, auch tun und ihr werdet noch größere Wunder tun. Und das ist eben die große Krux, die große Frage, wie gehen wir damit um, dass wir solche Versprechen in der Bibel finden und dass wir das Empfinden haben, die sind oft mit unserer Lebensrealität nicht überein zu bekommen. Und im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, irgendwas hatte etwas zu tun mit der Situation damals. Das ist nicht unmittelbar übertragbar. Das rührt an der ganzen Frage, wie lese ich die Bibel und wie gehe ich mit ihr um? Was ist mein Schriftverständnis? Das ist aber eine heilige Kuh, etwas sehr Unantastbares für sehr viele Fromme. Und folglich bewegen wir uns in sehr tiefen Gewässern. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Auf zu neuen Ufern, um mit sehr viel Zeit mich dem Thema anzunähern und zu sagen, wie finde ich einen Weg, der einerseits die Bibel ernst nimmt, andererseits aber auch davon ausgeht, dass hier ein Buch ist, das 2000 Jahre alt ist und wo wir mit den Ungereimtheiten, mit den Ambivalenzen leben müssen. Eine der Dinge, die ganz stark auffällt, ist, dass die Bibel immer wieder Dualismen hat. Zwei Seiten einer Medaille. Und dass die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen offensichtlich. Ein bekanntes Beispiel wäre, dass Paulus sagt, die Werke ohne den Glauben sind tot. Und dass Jakobus sagt, der Glaube ohne die Werke ist tot. Man kann sagen, ja was denn? Entweder oder. Nein, es ist ein Sowohl-als-auch. Und je nachdem, in welcher Realität wir uns bewegen, wird mal die eine Seite greifen und mal die andere Seite greifen. Das ist jetzt noch ein relativ unstrittiges Beispiel. Aber ich denke, dass es da noch sehr viel mehr gibt und dass es notwendig ist, eine Form von Bibelverständnis und von Glaubensverständnis zu finden, die ich mit meinem Leben übereinbekommen kann. Wenn du das gerade so sagst, dann spreche wir doch mal von deinem Leben in dem Fall. Denn wenn man das ganz klar durchdenkt, gibt es ja eigentlich kaum Alternativen. Das eine wäre, so wie du groß geworden bist, du wirst daran glauben und darauf vertrauen, dass Gott alles erfüllen wird, wodrum du ihn vollen Herzens bittest, zusammen mit der Gemeinde, möglicherweise auch mit dem Land. Und dann wird das auch geschehen, ist aber nicht geschehen, bei Sarah, so brutal das war. Auf der anderen Seite sagt uns Jesus das. Das sollt ihr so tun, das könnt ihr so tun und vertraut mir. Heißt das, entweder hat Jesus nicht recht, Jesus liegt falsch, hat das dann bei dir zur Folge oder bei jemand anderem kann das zur Folge haben, zu sagen, ich glaube dem einfach nicht mehr. Das führt zu einer tiefen Gotteskrise. Oder was hast du für eine Gratwanderung gefunden? Du glaubst ja noch an Gott. Genau. Wenn ich eine Neuverortung vorgenommen habe, ist, dass ich sehr vieles übernommen habe, was mir eine Menge bedeutet, aus christlicher Mystik. Christliche Mystik geht davon aus, dass Gott offenbar verborgen und verborgen offensichtlich ist. Dass beides vorhanden ist. Dass es Bereiche gibt, wo er sich uns offenbart, wo er sich uns zeigt, wo er in der Bibel uns seinen Namen nennt. Aber dass es genauso Bereiche gibt, wo er sagt, so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Und dass er sagt, ihr müsst Vertrauen lernen in einer Phase, wo ihr nicht mit mir auf einer Stufe seid. Und ich werde nicht alle meine Wege euch offenbaren, sondern Teile davon, ja, ich werde immer wieder in euer Leben hineinsprechen, aber ich bleibe nach wie vor der souveräne Gott. Ich entscheide. Ihr habt keine Automatismen, denen ihr folgen könnt und in denen ihr mich dazu kriegt, das zu machen, was ihr gerne wollt. Und damit kannst du inzwischen leben? Ja. Für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Spur. Eine Spur zu sagen, wenn Gott Gott ist und ich es nicht bin, dann ist es auch meine Freiheit zu sagen, ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht den Sinn hinter jedem Schmerz und jedem Leid entdecken und kann trotzdem in dem Gedanken ruhen, dass Gott gut ist. Und dass dieser Kern dessen, was mir in Christus entgegenkommt, was mir in seinem Wesen, in seinem Umgang mit Menschen, gerade mit Menschen, die am Rande stehen, die zerbrochen sind, die Schmerz kennen, das, was dort von Gott ausgeht, ist ein so wunderbares Bild von seinem Wesen und darin ruhe ich. Das ist die Konstante, die ich in meinem Leben als Glauben halte. Hat die sich jetzt neu entwickelt auf dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Jahre oder war das schon so eine zumindest grundangelegte Konstante? Ich bekomme keinen Glauben, in dem alles offensichtlich ist, alles geklärt ist. Wenn ich den will, dann muss ich scheitern in meinem Glauben. Und das tun viele Menschen. Viele sind am Anfang diesen klar umrissenen Glaubensaussagen nachgegangen und irgendwann haben sie gemerkt, das stimmt ja nicht, dazu kann ich ja gar nicht leben, wie du vorhin schon ganz richtig gesagt hast, weil es ein geschlossenes System ist, in das Gott nicht hineinpasst. Es gibt diesen wunderschönen Satz von Evelyn Underhill, wenn Gott klein genug wäre, dass ich ihn verstehen könnte, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Und dieser Satz bedeutet mir ja seit geraumer Zeit eine ganze Menge. Es ist ein zentraler Satz christlicher Mystik und er schlägt eine Brücke zwischen dem, was ich von Gott jetzt schon erleben kann und dem, was mir verborgen bleibt. Ich kriege bei dem Satz immer eine Gänsehaut. Und auf der anderen Seite macht es mich auch ein bisschen demütig, weil ich ja denke, ja, also demütig, jede Aussage über Gott ist dann relativ, sie kann einfach keine wirklich wahre sein, jedenfalls nicht nur vollkommen wahre. Manchmal denke ich aber auch, müsste es dann nicht so weit gehen, dass wir über Gott überhaupt nichts mehr sagen können. Ja, die Bibel malt ein bisschen ein anderes Bild. Sie sagt, wenn du etwas sagen willst über Gott, dann folge den Spuren, mit denen er sich selber vorgestellt hat. Da gibt es so ein paar Dinge, die im Alten Testament zu finden sind, dass er ein Ich bin, der Ich bin ist, also jemand, der sich nicht verändert, dessen Wille und seine Wege oder Werke voll deckungsgleich sind miteinander. Und das ist für mich ein ganz zentraler Satz, in dem er sich vorgestellt hat. Einer wäre, dass er Gerechtigkeit ist. Dass diese Art von Gerechtigkeit, wie er sie lebt, aus einem Zeithorizont heraus geschieht, den ich nicht begreifen kann, führt dazu, dass manchmal mir etwas als ungerecht erscheint, für meinen eigenen Lebensweg, aus meiner eigenen Brille mit dem kleinen Horizont, den ich habe. Aber aus der großen Perspektive, einer Perspektive, die acht Milliarden Menschen gleichzeitig sehen kann, und das sind ja nur die Lebenden, ist das vermutlich anders. Und das bringt mich zurück zu dieser Demut, zu sagen, ich möchte dem vertrauen, was mir entgegenkommt in Gott. Und das geschieht nirgendwo so fokussiert und so bedeutsam wie im Leben und Sterben von Jesus. Und dieser Punkt, dass er sich im Letzten mit mir solidarisiert hat, bis hin zu diesem abgrundtiefen Verlust der Nähe Gottes, den er am Ostersamstag empfindet. Etwas, was wir fast komplett ausblenden in unserer Tradition. Wir gehen ganz gerne von Karfreitag schon mit dem Hinweis auf Ostersonntag in dieses Wochenende und freuen uns auf Ostern und blenden diesen Ostersamstag, der ursprünglich auch ein Feiertag ist, weil er nämlich feiert, dass Gott Gott selbst fern ist. Ein Paradoxon. Und dieses Paradoxon spricht für... Und abgestiegen zu den Toten. Genau. Und da geblieben. Zumindest für eine geraume Zeit. Und das war schrecklich. Und das bedeutet aber auch, dass jede Form von Gottes Ferne, die ich empfinde, Gott selbst empfunden hat. Das ist eine krasse Aussage. Und ich finde, da steckt etwas drin, eben von dieser Ambivalenz, die wir oft im Leben haben, zwischen dem, was wir sehen können und dem, was wir nicht haben können. Die Theologie nennt das den esiatologischen Vorbehalt zwischen dem, was wir jetzt schon ergreifen können und was wir irgendwann haben werden. Deswegen wäre das Ganze für mich ziemlich unerträglich, wenn ich keine Ewigkeitsperspektive hätte, von der ich denken würde, irgendwann werde ich mehr sehen, mehr begreifen. Verstehen. Werde ich nicht mehr durch einen verklärten Spiegel gucken. Werde ich das ganze Bild sehen können und werde jede Sekunde genießen davon. Noch mal zurück zu deiner alten Heimat sozusagen, die immer noch eine Teilheimat ist, weil du den Glauben da gelernt hast. Aber die werden du bist ja kein Unbekannter in der Szene. Die werden ja nun mitbekommen haben inzwischen, wie du darauf reagierst und dass du ein bisschen dich freischwimmst in eine andere Richtung. Was gibt es denn da für Reaktionen? Gibt es da Verständnis? Gibt es da auch sehr viel Ablehnung? Was bemerkst du? Ich entdecke verschiedene Reaktionen. Eine Reaktion ist, Arne, schüttest du das Kind nicht ein bisschen mit dem Bader aus, indem du sagst, das ist die charismatische Bewegung, obwohl du genau weißt, es gibt bei uns ganz, ganz viele. Und da würde ich sagen, absolut. Deswegen will ich ja eigentlich das Kind auch nicht mit dem Bader aus schütten, sondern ich spreche von einem gewissen Milieu und das ist auch sicher eher rechtsaußen angesiedelt. Aber ganz ehrlich, dieser Grundgedanke, der ist nicht, der ist ja logisch und damit muss er auch gedacht werden in der charismatischen Bewegung, wie auch in manchen Armen von Evangelikalismus und Pietismus, gibt es sehr viel diesen Gedanken, die Bibel ist, absolut wörtlich zu lesen. Und wenn du das tust, dann bekommst du halt in gewissen Fragen in Teufelsküche, sage ich mal, weil du das einfach mit dem Leben nicht übereinander kriegen wirst. Und also kommen wir auf dieses große Thema, was ganz oft ausgeblendet wird und die charismatische Bewegung kommt da oft nicht dahin, nämlich diese Schriftverständnisfrage damit zu klären. Welche Teile müssen wir historisch-kritisch anschauen? Das ist ein Thema, was ganz, ganz selten in einer Predigt mal behandelt wird. Und das macht schwer, mündig Glauben zu lernen. Was machst du denn jetzt mit deiner Verkündigung? Also wenn das diese Lobpreistradition, die kommt ja nun auch viel aus diesem Verständnis, auch aus diesem Gottesverständnis heraus. Gott loben für das Großartige, was er ist. Und dahinter steckt ja immer so ein bisschen Haltung, wir wissen, wie Gott ist. Und dafür können wir ihn jetzt loben. Aber du gehst jetzt mit vielen Rätseln auch rein, oder? Verändert sich dadurch auch die Musik oder das, was du für Kündigung willst? Ja, die Worte werden erst mal tastender. Also eine Sache, die man zum Beispiel in der charismatischen Frömmigkeit sehr gut beobachten kann, und da ist dieser Stempel vielleicht mal ganz gerechtfertigt, weil die großen Protagonisten in der Lobpreiswelt kommen aus der charismatischen Szene. Um mal Bethel zu nennen, um Elevation zu nennen in Kalifornien, um Hillsong zu nennen in Australien, die ja jeweils einen globalen Einfluss haben und deren Theologie ganz stark von charismatischer Sichtweise geprägt ist. Und ich spüre eine Sache oder sehe eine Sache, die mehr Sorgen macht, als jemand, der in unserem Land Lobpreis und Anbetung musikalisch stärker mitgeprägt hat in den letzten 20 Jahren, dass wir nämlich von der eigenen Nachfolge in denselben Superlativen singen wie von Gott. Also wir sind uns sicher, wir gehen mit Gott bis ans Ende der Welt und wieder zurück und wir erobern mit ihm das Land, was uns gegeben ist und so weiter. Und mir fehlt genau diese Demut, über die wir schon viel gesprochen haben. Mir fehlt, dass in den Psalmen von 150 Psalmen 65 Klagepsalmen sind, die in der modernen Worship-Literatur fast komplett herausrevidiert worden sind, weil wir gerne am Ende ankommen bei diesen triumphalen Aussagen. Und es gibt eine Sicht auf den Glauben zu schauen, gerade wenn große Brüche ins Leben getreten sind, wenn man Schmerz erlebt hat, denen das zu manisch triumphal ist. Die sagen, was ist denn mit dem Weg, was ist denn mit der Gottverlassenheit, was ist denn mit den Zweifeln eines Hiobs, die ausgedrückt werden können in der Gottesbeziehung und die jetzt gar nicht mehr vorkommen, weil man das Gefühl hat, wenn ich das nur bloß ausblende, dann bin ich positiv geeicht. Und es ist ganz oft so eine Mischung aus Kraft des positiven Denkens, die gar nicht für mich so wahnsinnig evangeliumsmäßig ist und die sich da mischt. Und das ist so ein klassisch-spätmodernes Phänomen. Das heißt, mein Wunsch ist, dass wir tastender glauben, dass wir weiter glauben, dass wir diese negativen Dinge des Lebens umarmen und dafür auch Worte finden. Und dass Songschreiber wie ich den Menschen Gebete leihen, die das ausdrücken, diese Kämpfe und Fragen, wo sie mit Gott ringen, auch in Worte zu fassen. Und wo das geschieht, da entwächst diese Worship-Bewegung, wie sie so schön heißt, seit Ende der 60er Jahre auch ein bisschen ihren Kinderschuhen und nähert sich wieder dem großen Erbe einer jahrhundertelangen Tradition und Liturgie an, die es in den Kirchen gibt. Das klingt ein bisschen so, als wäre es für manche Charismatiker so, als wäre das Gottesreich nicht nur nahe, sondern schon da und der Weg dahin aber ausgeblendet ist. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau. Es ist diese Realität des eschatologischen Gegensatzes oder Vorbehalts, von der ich vorhin gesprochen habe, dass wir einen Teil sehen und einen Teil nicht sehen. Dass wir in Bruchstücken erleben, dass wir in Schwachheit erleben, dass Gott in unserer Schwachheit seine Stärke hervorbringen kann. Das wird einfach anders ausgelebt und der Wunsch ist, Reich Gottes auf Erden. In einer Weise, wo ich manchmal denke, ihr wollt manche Dinge hier erleben, die Gott für den Himmel vorgesehen hat. Aber wo ein Teil der Realität ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass wir diese Konsequenzen dieses gefallenen Weltbildes selber noch tragen müssen. Jesus sagt zum Beispiel, ich lasse es regnen über Gerechte und Ungerechte und lasse die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Womit er sagen möchte, dass weder Segen ein Zeichen ist dafür, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, alles richtig gemacht, Arne, als dass Leid ein Ausdruck ist dafür, dass Gott mich einnorden muss und sagen muss, weißt du, ich muss dich mal wieder in die Spur bringen und deswegen nutze ich diese harte Waffe des Leides. Die Erklärungsmuster für diese Dinge sind oft sehr eng gefasst und das führt dazu, dass im Einzelfall Menschen sehr wehgetan wird. Und das finde ich das Schlimmste daran. Da hast du ganz wichtige Sätze gesagt, also gerade dieses Letzte mit dem Regen, lässt er fallen und den Segen lässt er fallen auf jeden, auf die Guten und auf die Schlechten. Das möchte ich einfach so stehen lassen. Aber, wenn schon ein Musiker zu Gast ist, und das machen wir jetzt auch zum dritten Mal schon, wirst du natürlich auch wieder etwas singen. Kannst du uns noch was dazu sagen? Vor allem im zweiten Doppelvers, da sage ich, manche Sätze, die man vielleicht auch einen Lebtag mit sich getragen hat, muss man hinter sich lassen und muss auch im Glauben Justierungen vornehmen, damit der Glaube lebendig bleibt. Und meine feste Überzeugung ist dafür, dass für die Sätze, die ich vielleicht hinter mir lassen muss, ich neue Sätze gewinnen werde, die meinen Glauben bereichern. Das Lied heißt Leinenlos. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Mit manchen Sätzen lebe ich viel zu lang. Die Zeit ist reif für einen abgesagt. Auf Lügen, die ich längst schon nicht mehr glaub, nicht nur selbst damit beraub. Jeder falsche Satz, der mich blockiert, auf altes Festlegen, die Irre führt. Irgendwann zu einem Klotz am Bein und es soll nicht mehr so sein. Geh ich los, steh ich still. Weiß ich schon, was ich will? Oder sieh das Gefühl, dass es hier bequemer ist? Oh, 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 Leinenlos kein Blick zurück und wenn doch ne Dankbarkeit. Oh, 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 Flucht nach vorn in Richtung Höhe. Ja, danke dir. Ich glaube, dass man vieles von dem wiederfinden konnte, was wir eben besprochen haben. Noch einmal alles Gute dir. Danke, dass du heute zu Gast warst. Und liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Wie immer, machen Sie es gut. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt. Bibel TV, das Gespräch. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.